hallo lieben freunde da sind wir wieder zu einer neuen folge der polski plan so wir fahren jetzt walzen und zwar nicht davon mit ihm geholfen sich wünschen das ist mein mutter eben schon ein bisschen denn durch die ich doch irgendwie weil die beide gleich aussehen und das hier ist ein wunsch haben wir direkt mulchen das sonnenfeld und recht besten kuba wenn sich gefühlt werden muss das ist Beim nächsten Mal noch richtig was ernten hier, ne? Puh, was ist das Staubtier? Hei oder die Waldfee? Mal gucken, ob man das auf Kuban misst oder pflügen, dann hab ich mal noch Weizen oder was reingeknallt kriegen oder Raps ja auch gut. 2. Oktober. Ne, 1. Oktober. Ne, 1. Oktober. 2. Oktober. 2. Oktober. Gut. Die haben wir hier niedergewechselt. Was für schlecht, ne? Da bringt mich ins Meter, der Mulcher. Da kann man nicht mit System fahren, oder? Moment, bisschen rüber. Ich kann das ja zum Glück verstellen und verschieben und machen und blumen, ne? Einmal los, dann sind wir schon fertig. Perfekt. Wunderbar. Das ging jetzt schnell. Aber nach einem Matometer, ne? Wenn die kleinen Felder nicht zu groß sind. Das ist super. So. Perfekt. Das ging jetzt rückgezogen. Ich will gucken, womit ich die beiden auflade. So. 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 puedes режpielt. So. 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 Okay. So. Okay. Hier kommt schon ein bisschen mehr, aber noch ein bisschen mehr Dampf. Das ist also doof, wenn wir mal mit dem Händerdreck, ich fährt mal ohne. Das ist schon mal viel zu groß. Genau, jede zweite Reihe. Das ist wunderbar. 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 So komisch. Der hätte ja auch direkt die Breite können, aber so passt es. Ich bin noch recht breit unterwegs. Das klappt schon. Wunderbar. Wunderbar. Ich brauche auch so weit wie es geht in den Weg. Also das Ende zu. Das schön ist, dass ich einmal links muss. Ne, das war nichts. Es ist hier zu weit. Das ist kritisch. Dann nimmt er jetzt den Weg mit. Das am Schneekehren Weg mit eingefahren wird. Ganz genau auf die Wand. Aber das ist schon eine ganze Art Arbeit, nicht Maschinenführer. Ich hätte mit dem jetzt können mähen, aber ich denke mal, er mäht das schnell, habe ich direkt geschwadelt, Zeit gespart und ich kann es direkt, äh, da habe ich doch reingefahren, shit. Keine Ahnung, was da los war. Ich gucke wie viele Ballen das werden, sonst ruhe ich ihn auch an, dass er so heimfahren kann. Da könnte er nämlich meine, die Ballen die ich da liegen habe, mitholen. Ja, das war's. Ich weiß nicht, wie es die Beteiligung ist. steine sammeln hier ist nur versuchen auf der wenigen fläche das meiste rauszukriegen das meiste rauszuholen auch über die freunde wieser weiter geht sie in der nächsten folge wenn es euch gefallen hat was den deutschen dann aber wer träumchen denkt dran bei mir kamen vorbeizuschauen wenn ihr mit uns reden wollt ist auch bescheid einfach ein team speak der namen steht in der video beschreibung wer namen steht in der video beschreibung und bis dahin ist ein hau rein